Heute geht es um das neueste Statement von Maestro über Mois. Beide haben miteinander telefoniert und es sieht wohl so aus, als würde es eventuell wieder Frieden geben zwischen den beiden. Und das ist ja grundsätzlich keine schlechte Nachricht, wenn zwei ehemalige Brüder wieder miteinander telefonieren, sich aussprechen und eventuell dann Frieden herrschen würde. Allerdings sind natürlich jetzt auch viele sehr überrascht, weil alles gegen Mois läuft momentan. Viele Rapper haben auch Statements dazu gemacht und auch mit Mois abgerechnet und Maestro recht gegeben. Und dazu wollte ich morgen noch ein Video machen. Also wenn euch das noch mehr interessiert, lasst gerne ein kostenloses Abo da und schaut euch morgen das Video an. Ansonsten fangen wir jetzt erstmal mit der News an und mit der Vorgeschichte für die Leute, die das jetzt gar nicht verfolgt haben. Maestro hat ein 80-minütiges Statement hochgeladen, wo er mit Mois abrechnet. Da gab es viele Vorwürfe, dass Mois ein schlechter Freund sei, sehr schlecht mit seinen Leuten umgegangen ist, auch mit Maestro und sehr narzisstische Züge an den Tag gelegt hatte. Ja, auch teilweise sich über alle gestellt hat, die Leute auch nicht bezahlt hat für ihre Arbeit und Co. Und alles wurde in 80 Minuten sehr glaubhaft auch rübergebracht. Die meisten Fans haben auch Maestro geglaubt und waren auch voll hinter ihm. Das hat man auch in den Kommentaren gemerkt. Auch in den Trends war das Video ganz weit oben. Auch bei den Gaming-Trends sogar auf Platz 1. Zwischenzeitlich auch bei den normalen YouTube-Trends auf Platz 2 in der Nacht. Und ich habe mir das auch angesehen und war total gefesselt von dem, was dort alles so gesagt wurde, obwohl ich gar nicht mich mit beiden so krass beschäftigt habe in der Vergangenheit. Und das Ganze wurde natürlich am nächsten Tag von Mois auch beantwortet. In einem sehr wirren, wie ich finde, 50-minütigen Video, wo er sich im Prinzip in diese Opferrolle, die auch tatsächlich von Maestro in seinem Video auch immer wieder genannt wurde, begeben hat. Alle anderen sind schuld und er wollte auch immer nur Gutes. Und ja, das wirkte alles ziemlich daneben. Das kam auch nicht gut an. Es haben sehr viele deabonniert. Es gab sehr viele Dislikes. Und dann hat Mois gesagt, komm, ich lade noch ein Video hoch. Ich kann das jetzt nicht auf mir sitzen lassen. Das war so ein 15-minütiges Video, wo auch die Kinder dann von ihm im Hintergrund zu hören waren. Und das wirkte dann aber auch nicht wirklich besser. Da stand zwar im Titel, dass er sich entschuldigt, aber es kam keine richtige Entschuldigung in dem Sinne. Sondern es wurde auch immer wieder auf Maestro eingegangen und auch generell auf Sachen aufgestellt, an Thesen, die Maestro nicht gut fand. Und Maestro hat in seinem ersten Video gesagt, Mensch, wenn es Sachen gibt, die ihn stören, wird er immer wieder auch darauf antworten und das belegen, dass das nicht stimmt. Und so hat er das dann nochmal gemacht. Und da kam es dann nochmal in einem längeren Video, auch 50 Minuten knapp, dann zu weiteren Punkten, die ihn gestört haben und die er dann ausgepackt hat über Mois. Und das lief natürlich dann sehr schlecht für Mois. Alle waren enttäuscht von ihm. Und es gab auch viele weitere YouTube-Videos zu dem Thema. Also wenn euch das noch mehr interessiert, schaut gerne bei den ganzen anderen Videos vorbei. Manche haben auch einen Re-Upload gemacht, weil Mois die beiden neuesten Videos zu Maestro privat gestellt hat. Und das zeigt zumindest, dass beide telefoniert haben und es so ausschaut, als würde es jetzt wirklich eine Aussprache auch nochmal weiterhin geben außerhalb des Telefonats. Aber ich bin durchaus sehr, sehr überrascht. Also auch, dass Maestro jetzt sagt, okay, wir gehen jetzt nochmal vielleicht einen anderen Weg. Das überrascht mich jetzt doch sehr, weil es jetzt sehr danach aussah, dass man mit Mois komplett abgeschlossen hat und ihm auch keine großartigen Chancen mehr in Zukunft geben möchte. Grundsätzlich finde ich das aber nicht falsch. Gehen wir jetzt aber erstmal in das Statement rein von Maestro, von seinem Instagram-Profil. Das ist gerade vor einer Stunde auch erst gepostet worden. Und ich zitiere mal, Erstmal möchte ich mich für die Unterstützung von jedem Einzelnen bedanken. Damit hätte ich niemals gerechnet. Gleichzeitig ist aber aktuell bei vielen das Bild, dass ich nicht bereit bin, mit der Vergangenheit abzuschließen und Frieden zu schaffen. Das stimmt aber nicht. Bereits vor Monaten habe ich genau das mehrfach privat versucht, leider ohne Erfolg. Was in den letzten Monaten und Wochen passiert ist und weswegen dann auch die Videos kamen, haben ja alle gesehen. Dennoch bin und war ich nicht auf Rache außen wahr und bin gerne bereit, das Thema zu beenden, weil es auch für mich extrem belastend ist. Für mich kann es aber nur einen echten Abschluss geben, wenn es sowohl eine ehrliche Entschuldigung als auch eine Wiedergutmachung gibt. Ich habe gestern mit Arnim telefoniert, fast eine Stunde. Ich habe ihm gesagt, was ich erwarte, damit ich und meine kleine Familie auch einfach weitermachen können, ohne Lasten der Vergangenheit, die er geschaffen hat. Er hat mir versprochen, jetzt endlich all das sowohl in der Öffentlichkeit gerade zu stellen, als auch den Schaden zu kompensieren, den ich noch bis heute trage. Ich warte deshalb darauf, was jetzt weiter passiert und wie es weitergeht und ob er es mir beweist, dass er wirklich alles ernst meint. Wir alle werden es Inschallah bald sehen. Und ja, das ist schon mal ein heftiges Statement und ich muss sagen, ich habe da einen Satz nicht so ganz verstanden. Grundsätzlich finde ich es gut, dass er sagt, okay, er möchte mit der Sache abschließen. Grundsätzlich finde ich es auch gut, dass er jetzt auch dem ehemaligen Bruder die Chance gibt, sich bei ihm zu melden und das aus der Welt zu schaffen. Klar, für uns ist das auch sehr unterhaltsam gewesen, von der Ferne, aber ich denke, Frieden ist immer der richtige Schritt. Aber was ich nicht so ganz verstehe, ist der Satz, gleichzeitig ist aber aktuell bei vielen das Bild entstanden, dass ich nicht bereit bin, mit der Vergangenheit abzuschließen und Frieden zu schaffen. Das stimmt aber nicht. Also ich habe keinen einzelnen Kommentar bei ihm gesehen unter seinen Statements, die nicht pro Maestro waren. Das waren Top-Comments mit mehreren tausend Likes, die alle für Maestro waren. Nicht einer war für Mois und man muss auch ganz ehrlich sagen, dass die paar Kommentare, die für Mois waren, auch teilweise kaum Likes hatten. Also es war jetzt wirklich nicht so, dass jetzt da viele dann die Meinung hatten von den Leuten, die dann noch zu Mois gestanden haben. Klar hat Mois viele Fans und auch viele Supporter und Leute, die sagen, Mensch komm, der hat jetzt einen Fehler gemacht, ich stehe weiterhin hinter ihm, ich habe mir jetzt jahrelang die Videos angesehen und das ist ja auch vollkommen okay so. Aber dennoch finde ich, sollte Mois sich aufrichtig entschuldigen und auch generell auch nochmal den Leuten vielleicht auch finanziell ein wenig Geld nachbezahlen, um auch Wiedergutmachung zu leisten. Weil, wie gesagt, wenn da viele Leute jahrelang kaum was oder gar nichts gesehen haben an Geld und gearbeitet haben dafür, dann sind denen ja auch Kosten und Mühen entstanden. Und ich finde, wenn man jetzt gerade auch in so einer Situation ist, wo es bei einem anscheinend läuft und das ist ja bei Mois anscheinend der Fall, dann sollte man auch so fair sein und dann die Leute vielleicht nochmal ausbezahlen oder zu sagen, komm, du kriegst jetzt nochmal einen Bonus, Summe X, sag mir, was du bekommen willst und ich versuche das aufzutreiben. Grundsätzlich lief es sehr schlecht die letzten Tage für Mois. Sehr viele D-Abos, sehr viele Fans waren enttäuscht und die Videos von Maestro waren ja auch sehr erfolgreich. Alleine das erste Video hat über eine Million Klicks und das ist ja noch nicht mal ein paar Tage alt. Also da können ja noch ein paar hunderttausend dazukommen die nächsten Tage. Mal sehen, wie lange das überhaupt noch online bleibt. Ich vermute, dass Mois jetzt auch bald ein Video hochladen wird und darüber sprechen wird, was jetzt vielleicht bei dem Gespräch auskam, was er vielleicht auch an Entschuldigungen jetzt raushauen möchte und vielleicht, ja, auch Wiedergutmachung leisten möchte in Form von Geld bei einigen. Das könnte natürlich auch sein, würde ich auf jeden Fall gut finden, wenn er das macht und auch ehrlich dazu steht, was er falsch gemacht hat und dann kann man es in Zukunft dann nur besser machen und somit wäre ja auch den Leuten zumindest ein wenig im Nachhinein geholfen. Ja, und besser spät als nie, würde ich sagen und mit der Floske will ich es dann auch beenden. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wie gesagt, morgen möchte ich noch ein Video machen zu zwei Rappern, die auch mit Mois ein wenig abgeschlossen haben und auch das Ganze, was Maestro gesagt hat, bestätigt haben. Als Fazit bleibt übrig, wenn Mois jetzt so einknickt, scheint das wirklich ziemlich eindeutig zu sein, dass Maestro zu 100% die Wahrheit gesprochen hat. Denn das ist ja ein Offenbarungseid und schon ziemlich krass, was jetzt hier gerade abgeht. Aber nun gut, ich bin gespannt und ich hoffe, ich konnte euch jetzt gut informieren. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann und ciao, ciao.